Hallo. Heute habe ich den ersten Test für dich. Lass uns einfach ein Gespräch führen, um zu überprüfen, was du aus den bisherigen Übungen schon gelernt hast. Wenn du mehr Zeit für die Antworten brauchst, dann halte dieses Video kurz an. Bist du bereit? Dann geht es los. Hallo, mein Name ist Anna. Wie heißt du? Schön, dich kennenzulernen. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Danke. Woher kommst du? Da war ich leider noch nie. Ich habe Hunger. Lass uns in ein Restaurant gehen und dort noch ein bisschen weiterreden. So bitte nimm Platz. Was möchtest du essen? Bist du Vegetarier? Und was möchtest du trinken? Trinkst du Alkohol? Gefällt es dir in der Stadt? Bist du zum ersten Mal hier? Kennst du schon meinen Bruder Otto? Wir können uns nach dem Essen mit Otto treffen. Bist du einverstanden? Wie lange wirst du noch in der Stadt bleiben? Was gibt es sonst noch, das du unternehmen möchtest, solange du hier in der Stadt bist? Das ist toll. Erzähl doch noch ein bisschen von dir. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ich bin seit 13 Jahren verheiratet und habe zwei Kinder. Meine Tochter heißt Sarah und ist zehn Jahre alt. Mein Sohn heißt Nikolas und kommt dieses Jahr in die Schule. Was machst du beruflich? Und was arbeitest du da genau? Ich verstehe. Wie sieht dann bei dir ein ganz normaler Tag aus? Das ist sehr interessant. Ich möchte gerne noch etwas mehr darüber erfahren. Erzähl doch einmal, was du zum Beispiel letzte Woche alles getan hast. Was machst du sonst so, wenn du nicht arbeiten musst? Hast du Hobbys? Also ich muss wirklich sagen, dass ich absolut begeistert von deinen Sprachkenntnissen bin. Wiederhole diese Übung jetzt noch einige Male und variiere deine Antworten. Du machst wirklich große Fortschritte und kannst sehr stolz auf dich sein. Du hast den Test mit Bravour bestanden. Weiter so. Bis bald! BELL RINGS